Hallo, wir möchten euch zwei ganz, ganz bezaubernde Junghunde aus unserem Partner-Tierheim in Campi Salentina vorstellen. Und zwar die wundersüße Enola, das ist die schwarz-weiße Hündin, und Thor, der, na ja, nicht ganz so imposante, kleine schwarze Rüde. Beide sind in unser Partner-Tierheim gekommen mit einem Geschwisterchen. Das Geschwisterchen hat aber leider nicht überlebt, denn sie hatten einen ganz, ganz bösen Magen-Darm-Virus, der bei Welpen oft tödlich endet. Und diese zwei wirklich sehr, sehr süßen Junghunde haben es aber überlebt und suchen jetzt natürlich ihr großes Glück. Und Enola, wie gesagt, ist hier die schwarz-weiße, Thor, der schwarze Rüde. Sie sind mittelgroß, wirken ungefähr, ich würde sie mal so auf 18 Kilo schätzen. Sie sind noch sehr jung und sehr, sehr aktiv. Beide Hunde sind unglaublich freundlich. Sie sind unglaublich zutraulich. Sie sehen uns auch gerade eben das allererste Mal. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind sie Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen. Bei beiden ist es so, dass wir sie nicht zusammen vermitteln müssen. Also sie suchen auch Einzelplätze, auch wenn sie zusammen hier im Kanila abgegeben wurden. Und ja, was soll man sagen? Also sie sind wirklich sehr, sehr freundlich. Alter ist entsprechend aktiv. Also wir suchen Menschen, die auch wirklich gerne Aktivitäten mit ihrem Hund unternehmen. Das heißt lange, ausgiebige Spaziergänge, eventuell Hundesport. Und also diese Hunde sind nichts für Leute, die sich nicht gerne bewegen. Ja, denn ihr seht schon, sie sind sehr, sehr lebhaft. Beide Hunde benötigen natürlich noch ein bisschen Erziehung. Oh mein Gott, sie sind so süß. Und ja, also wir suchen Menschen, denen es Freude macht, mit ihrem Hund Dinge zu erarbeiten, ihnen das Leben zu zeigen und die Welt da draußen. Und ja, die zwei hängen natürlich sehr aneinander. Sie sind ja auch ihr ganzes Leben zusammen. Und wir denken, dass sie noch vielleicht ein bisschen größer werden, aber es werden auf keinen Fall irgendwelche Riesenhunde. Und ja, jetzt zeigt euch nochmal, ihr kleinen Flummis. Also, wenn ihr euch jetzt in einen der beiden, entweder in die hübsche Hundedame, das ist sie hier, oder in den süßen Rüden verliebt haben solltet, dann meldet euch im Tierrefugium Hanau. Die Kontaktdaten blende ich euch hier unten ein, schreibt eine Mail, ruft an. Wir informieren euch über das weitere Vermittlungsprozedere. Beide Hunde werden natürlich vollständig geimpft, gechippt und auf Mitteln der Krankheiten getestet. Und wenn sie alt genug sind, auch kastriert. Wir vermitteln nach positiver Vorkontrolle gegen Tierschutzvertrag und drücken diesen beiden wundervollen jungen Hunden die Daumen, dass sie schnellstmöglich ein eigenes Zuhause finden. Wir haben ja auch nie gehabt, die Dünne, die Dünne, die Dünne. Es gibt die Dünne, die Dünne, die Dünne. Vielen Dank.